so jawoll bisschen vorher abfassen und dann passt das schon aber das muss ich mir echt merken bevor ich so ein artillerie geschütz hinstelle hol mal lieber erstmal die verstärkung kann und das ballert und ballert und ballert und ballert und ballert ist da die nächste kolonne? ne gut hier scheint zumindest erstmal jetzt direkt keine kolonne im anmarsch zu sein die sind auch gleich da dann kann ich mit meinen nämlich abziehen solange die halt in solchen teilen kommen ist das alles absolut machbar dann brauche ich keine verstärkung aber hier haben sie natürlich schon ordentlich reingehämmert bis das so was zukommt dauert es halt auch eine weile so jetzt mal zur anderen seite wechseln zack 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 also hier scheine ich auch erstmal den durchbruch verändert zu haben So, da ist es, dann setzen wir den roten mal da hin, dann kann ich mich nämlich auf die seite konzentrieren, so lange bis der Krampfi hier da ist, jetzt zeig mal was du kannst hier so einfach ist so eine ganze Rotte weg okay okay Jawoll, sehr gut. Das haben wir also auch. Okay, jetzt muss ich hier mit meinem noch vorlaufen wieder. So, sehr schön. Du kommst jetzt mal hier hin. Und ich kann mit meinem auf jeden Fall zurück. Erstmal wieder aufmunitionieren. Mit Reperto-Kits und so. Da kommt doch schon wieder ein... Okay. Zack, so und wieder ran. Das geht ja schon mal gar nicht hier. So, pop, 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 pop. Der läuft zurück mit mir, das ist alles okay. So, schon mal im Vorfeld hier wegnehmen. So. Okay. Der bleibt hier einfach stehen. Der wird hier noch alles niederballern. Das Gefühl. So. Ja, der macht das eigentlich ganz gut. So. Ich glaube, das haben wir soweit ohne Kontrolle. Oh. Was sind denn die Neuerungen bei 3.2 zu 3.1? Yo Gaming. So. So. love2-ником 9mm. So. 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 Vielen Dank. So, ist auch noch nicht zurück. Echt? Der Artilleriezug ist mal ausgefahren. Da seht ihr, der wird hier irgendwann mal zu Ende ballern, bis der Zug wieder da ist. Die kleine Rotte, die kriegt er so hin. Aber da kommt wieder eine größere. Oh Mann ey, das ist doch spannender hier, als ich gedacht hab. Ah, sehr gut. Coole Sache. Werden wir ja heute Abend sehen, das wirst du ja heute Abend auf Multiplayer Server einspielen, sozusagen. Da werden wir ja schon mal sehen, wie sich das dann hantiert. Gut. 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 so jetzt muss ich erst mal hier zack das reinnehmen und auch hier sagen mach mal vor allen dingen Bar Token 200 das passt und 100 davon passt auch das ist immer soweit ganz gut gekommen damit so jetzt kann ich doch eigentlich den der ist auch schon wieder voll kann ich den schon mal wieder zurück schicken wenn ich hier alles ausgestellt habe so die müssen wir jetzt auch abfassen tauschen wir jetzt mal die Seite und wenn der zurück kommt können wir den eigentlich den eigentlich zurückschicken so tut 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 der baller hat erstmal alles weg wenn wir das einmal geschafft haben dann haben wir hier Ruhe, aber bis dahin müssen wir hier die Rotten noch dementsprechend bearbeiten. Jo, super YoGaming, das gefällt mir mit ihr. Sehr schön, sehr sehr schön. Weiter geht's. Gra wumms, gra wumms. Jetzt wird noch das weggeräumt, also vielleicht haben wir hier oben schon alles weg, mal sehen. Und noch. Jetzt wird noch das weggeräumt. Jetzt wird noch das weggeräumt. Jetzt wird noch das weggeräumt. Gra wumms, gra wumms. Gra wumms, gra wumms. So. Da ist nämlich schon wieder der nächste. Schon wieder am anrücken. Schöner Wechsel, wir bräuchten eigentlich auch davon mehr. Nee, das hat's doch noch nicht hier. Okay. So, bisschen beschleunigt. Da kommt noch mal eine Karotte hier. Okay. Okay. So. Sehr, sehr schön. So. Einmal hier bitte rüber laufen. Und hier drüben. Und hier drüben das reparieren. Kommst du rüber. Jawoll. so. 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 eigentlich müssen wir hier. Das auch noch so machen. Dass sie auch von der Seite nicht rankommen. so. Einen von beiden. Ich setz mal den mal dort rüber. So. Wie langsam der ist. Oh Mann ey. Oh Mann ey. Yo Gaming. Ja, das ist ne gute Idee. Oh Mann ey. Warte. Hey. Hier hab ich fast was verpasst. Ich sache jetzt was. Oh Mann. So. Oh Mann. Hey. Oh Mann.